Hallo zusammen, hier ist Silmi und ich bin im Paloma Aquapark. Dieser geniale Wasserpark ist einfach für alle Paloma Gäste exklusiv mit dabei. Kann locker mit Therme Erding, Palm Beach und Rulantica mithalten. Es ist einfach der Hammer, wie viele Rutschen es hier gibt. Für die Kleinen gibt es diesen schönen Bereich, richtig, richtig nice gestaltet. Und wie gesagt, nur Paloma Hotel Gäste können hier rein. Damit, ja, ist auch nie extrem viel los, je nachdem wie viele Leute da sind. Dann zusätzlich zu diesen richtig nice Rutschen, also die sind echt gigantisch, mit Trichterrutsche, Freefallrutsche, alles ist wirklich dabei. Gibt es noch was richtig Geiles, und zwar einen Aquakletterpark. Das habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Seht ihr das gerade? Das ist ein Kletterpark, ein Kletterpark mit Wasser. Also, das habe ich echt noch nie gesehen. Richtig, richtig krass. Mega schön. Also, ich bin echt fasziniert, dass eine Hotelanlage so einen riesen Wasserpark hat, mit so vielen Rutschen und allem. Also, das ist echt gigantisch. Wenn ihr hier seid, ja, dann probiert es unbedingt aus. Danke. Danke.